hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge arc survival ewolf nach wie vor ist mit dabei der mene moin und der plague ist da hinten in seiner hütte glaube ich morgen und ja wir wollen jetzt mit unserer unter wasser dinos die wir jetzt in der letzten folge gezähmt haben mal eine kleine rundtour machen und uns ja die unter wasser welt von center angucken so ist es also ich nehme den den genau ich nehme meinen den hin und wir haben es auch ein delphin du kannst verstehen den basilen basilo nehmen wenn du willst pottwahl ja ganz schön pottwahl so steigt man ab wollte aber das tor aufmachen ja geht natürlich nach innen auf dankeschön spiel bin ich jetzt raus oder rein ich habe die orientierung draußen okay black ist du kommst nicht mit oder was ich komme auch wieder abgestiegen ich hasse diese tore geht zu tor geht zu haben wir hier das sind doch diese silizium perlen oder was ist das ist leuchtet so komisch guck mal was das ist ja ja silizium perlen genau okay also wir haben silizium direkt vor der haustür pläges ups jetzt habe ich ausversehen wahl genommen aber ich doch schon gezeigt wo man das fand ja aber es ist doch gut zu wissen dass wir es auch vor der haustür haben und gar nicht weit müssen nesi auf auf nesi pläges ist dein nesi auf kuschelkurs ja nesi versus nesi beziehungsweise 1 gegen 2 kommt noch ein dritter zweiter dazu ich glaube der kämpft trotzdem weil der neutral war der ist hinter mir der andere ne der dreht um weil ich jetzt zu hoch bin aber ich habe keine taucherflasche ist kaputt gegangen oder was ja und kriege ich den denn okay jetzt wird es aber langsam blöd ja auf passiv pfeifen und dann herholen wo ist passiv wo ist passiv ich habe ihn habe ihn okay super wo bist du hier oben mann ich sehe euch ich komme zu euch jetzt dir ist kalt jetzt geht es aber los ich tauche auf und mir wird kalt dann tauche ich wieder runter das ist schon verrückt wo rochen richtung pläges unterwegs ja hier oben schon da ein hau aber jetzt habe ich gar nichts wo bist du denn an nesi vorsichtig der roche betreibt ein aber ok hallo nein dass sie nicht schon wieder ab hallo er trägt euch tot da kommt man ein ihr müsstet mal auf nesi gehen ein hai haie log ich mal weg zwei haie drei haie ja ihr müsst mal auf nesi gehen wo ist die denn die schon wieder abgetaucht wieso taucht ihr den markt tot ich bin tot hattest du so wichtige sachen dabei ja er hat immer wichtige sachen dabei schlecht gehst du auf auf nesi sepp ja nichts und dass sie regelt das gerade schon laufig weiß nicht ist die auf auf neutral jetzt oder was ne die ist auf aggressiv ach so also auf target doch normal rum ich weiß nicht ob sie das schafft er hat ein mega satteln die dürfte gar nicht so viel schaden erst mal einen kohle ja kannt das ist schon mal tot was auch immer das ist das ist nur so ein kleiner fisch ich ertrinke meine maske ist auch kaputt ja das ist ja also ich kli aber schaden wo sie kämpft gar nicht richtig ich muss weg ich muss weg ich muss weg nimm mal nesi mit wir versuchen einfach mal zu entkommen ja wo ist denn sie denn folgt ihr aber ist glaube ich schon im kampf noch hast du auf passiv gestellt ja jetzt ist es hinter dir ok jetzt weg ja wir kriegen die sachen von plages ja nicht wieder ja aber wenn wir erstmal ein bisschen die haie und alles weggelockt haben kann ich da hinschwimmen ok so die haben den gefressen oder die haben dich gefressen plages oder ja ne mein leiche bleibt schon da ich muss aber erstmal meinen grünen strahl wiederfinden der bei mir gerade nicht spawnen will ja richtig gerecht also haie sind nach wie vor noch hinter mir her ja wisst ihr wo ich gestorben bin ne ja hier sind so zwei gelbe strahl äh hä warum sehe ich denn das nicht das sind zwei wale also zwei weiße zwei wei also boah das ist aber auch übel so viele haie und äh warum habe ich denn keinen grünen strahl ähm den hast du wenn du in der nähe bist wahrscheinlich ja wahrscheinlich bist du noch nicht nah genug dran ja toll mein tauchhandsach ist put wo bist du denn weiß ich nicht welche koordinaten habt ihr denn ich prob mal auf der karte ich bin das ist bei ähm 55 55 55 85 ungefähr hier das ist doch so eine kleine insel ja und hier guck mal hier bist du gestorben noch ein stück weiter du müsstest jetzt müsstest du es langsam sehen boah kacke komisch doch jetzt nicht ja ok und sagen kann doch nicht sein hast du es warte du musst doch immer vor nach den haien fliehen sind da noch haie mene guck mal da sind noch haie ja holen wir mal die nessi bitte einer wo ist denn die wo bist du denn ich bin hier auf dieser kleinen sandbank die hier vorne steht ja hier ist gut ja auf der sandbank vor der insel da ist doch diese kleine insel 55 83 oder so da ist ja eine ganz kleine insel minibob ende du bist du bist da du ihr seid ihr seht euch eigentlich aber nessi hat immer noch äh äh haie am arsch wenn ich das richtig sehe hier ist ein haie ja direkt bei mir und rochen ist nessi noch da nessi wird angegriffen bring die mir mal hier an den strand nessi packt fest ich glaub du musst mal hinschwimmen alter schwede weil die hängt irgendwie fest ich hab jetzt die jetzt mal auf aggressiv gestellt die ist grad nämlich von jede oh gott wie viele rochen sind das rochen kriegt die auch kaputt oder was ich weiß es nicht was du weißt ich hab mal ein paar sachen rausgelockt die mir jetzt schon machen ach du scheiße wie viele sind das denn bitte waaah jetzt sind die hinter mir her ja ist gut wenn die hinter dir her sind ja kann sie rausfiltern deswegen hasse ich unter wasser aber sie tötet da grad ziemlich viel dann brauchst du es mir mal ja da ist aber auch richtig viel da ja nein ist sie tot? fast alter was geht da ab? das sind ungefähr fünf oder sechs haie oder mehr ja der ist tot alter guckt euch das mal an shit das waren so viele ey junge 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 sie ist putt muss ich wie komm ich denn jetzt dahin ich hab's hast du? hast du ein zoll? ja gott sei dank die folge ist auch zu ende ich würd sagen dann alles schnappen und nach hause bringen genau gut wir sagen dankeschön fürs einschalten und hoffen dass ihr nächstes mal wieder dabei seid wenn wir eine Runde abzocken bis dann ciao tschau